USA und Mexiko bauen zu lassen. Derzeit bereiten Demokraten und Republikaner ein neues Einwanderungsgesetz vor. Ein Bericht zweier Senatoren darüber war auch Anlass der Besprechung mit Trump. Es ging darum zu erklären, wie bestimmte Programme funktionieren, darunter eines zur Aufnahme von Flüchtlingen, deren Heimat von Naturkatastrophen oder inneren Unruhen heimgesucht wurden. Trump will dieses Programm beenden. Unzählige Amerikaner, die aus Dreckslöchern unterschiedlichster Ecken der Welt in dieses Land eingewandert sind, konnten durch ihren unermüdlichen und hemmzammeligen Fleiß sehr reich werden. Ein amerikanischer Präsident darf so nie über Einwanderer reden, niemals, schreibt Nuzeren Kapitel. So hatte seine Regierung erst vor wenigen Tagen beschlossen, etwa 200.000 Salvadorianern den besonderen Schutzstatus ab September kommenden Jahres zu entziehen. Der Senat indes will das Programm beibehalten und im Gegenzug ein Losverfahren auslaufen lassen, durch das 50.000 Menschen pro Jahr aus Ländern in die USA kommen dürfen, aus denen vergleichsweise wenige Migranten stammen. Nach den Äußerungen Trumps sieht der demokratische Abgeordnete Louis Gutierrez das Vertrauen der Bevölkerung in die Verhandlungen über ein Einwanderungsgesetz erschüttert. Demokraten und Republikaner im Senat machen einen Vorschlag. Die Antwort des Präsidenten ist ein rassistischer Ausbruch, sagte Gutierrez der Washington Post. Wie kann man ihn ernst nehmen?